Hallo zusammen, ich habe die letzten Wochen verdammt viel Zeit mit Slay the Spire verbracht. Habe inzwischen glaube ich weit über 50 Stunden in das Spiel gesteckt. Und ich glaube ich bin jetzt wirklich an einen Punkt gekommen, an dem ich euch ein paar sehr nützliche Tipps geben kann, die euch helfen können, das Spiel endlich zu meistern oder zumindest häufiger zu meistern. Immer würde es natürlich nie klappen, darauf ist das Spiel auch gar nicht ausgelegt. Aber mit diesen Tipps klappt es bestimmt wesentlich öfter. Der erste Tipp ist im Grunde auch gleich der wichtigste und zentrale und das muss man lernen, da muss man sich dran gewöhnen. Haltet euer Deck sauber und klein. Ich weiß, es ist nicht sehr intuitiv, aber es ist oft besser, auf seine Belohnung zu verzichten, statt unnötig Karten in sein Deck zu laden, die man sowieso nicht braucht. Je mehr Karten ihr in eurem Deck habt, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Karten zieht, die ihr gerade brauchen könnt oder die gut sind. Müllt sie deswegen nicht mit irgendwelchen Karten zu, nur weil sie euch irgendwie sinnvoll erscheinen. Ich weiß, die ganzen Karten und Relikte beim Händler sind verlockend, aber oft ist es die bessere Entscheidung, den Remove Card Service zu benutzen. Neben Flüchen, wo es meistens offensichtlich ist, gehören die Strike und die Defend Karten einfach zu den schlechtesten Karten im Spiel. Das sind die Karten, die wir nicht in unserem Deck haben wollen. Denn jede andere Karte im Spiel ist immer sinnvoller als diese. Also schmeißt sie am besten einfach raus. Auch Karten, die kein Mana verbrauchen, sollten nicht ohne weiteres ins Deck mit aufgenommen werden. Decks, die darauf spezialisiert sind, viele Karten zu ziehen und auch auszuspielen, können wahnsinnig effektiv sein. Viele Karten, die kein Mana kosten, in einem Deck, das eigentlich eine andere Strategie verfolgt, verzögern wieder nur das Ziehen der eigentlich gesuchten Karte. Daher würde ich auch von diesen Karten eher abraten. Synergie ist mit Abstand das Wichtigste in diesem Spiel, wie eigentlich auch in den meisten anderen Card-Deck-Building-Spielen. Wenn ihr zum Beispiel einen Ironclad spielt, dann solltet ihr euch eine Strategie überlegen, mit der ihr vorgehen wollt. Diese Strategie entscheidet sich in der Regel über die ersten zwei, drei Karten, die ihr bekommt. Dann sollte klar sein, welche Strategie ihr verfolgen wollt. Und verfolgt diese dann auch wirklich konsequent. Wenn ihr euch auf Stärke spezialisieren wollt, wählt auch wirklich nur Karten, die entweder aus starken Angriffen, Angriffen, die von Stärke profitieren, oder Karten, die euch Stärke bringen. Manchmal macht es sogar Sinn, sein ganzes Deck nur um eine einzige Karte herumzubauen. Kommt man zum Beispiel an eine besonders starke Karte wie diese hier, könnte man sich zum Ziel setzen, diese Karte so oft wie möglich zu spielen. Das bedeutet natürlich in der ersten Konsequenz, wieder einmal, haltet das Deck so klein wie möglich. Zusätzlich würde ich das Deck dann nur mit Karten befüllen, die tatsächlich diese eine Karte stärken oder zurück in die Hand holen und die Standardkarten Attack und Defense möglichst komplett aus dem Deck entfernen. Mit Double Tap könnte man diese Karte dann zum Beispiel zweimal in einer Runde spielen. Aber Vorsicht, der Energiehaushalt muss dabei wirklich berücksichtigt werden, denn diese Karte braucht schon drei. Mit ein, zwei Headbutt-Karten könnte man die Karte jederzeit wieder zurück vom Ablagestapel auf den richtigen Stapel holen. Und mit Karten wie Feenfire könnte man zum Beispiel einen ganzen Satz Karten aus dem Spiel entfernen, zumindest für einen Kampf, damit das Deck schneller gemischt wird und man schneller wieder an seine gewünschte Superkarte kommt. Die Kombinationsmöglichkeiten und die taktische Vielfalt in diesem Spiel ist beinahe unbegrenzt. Man sollte sich eben wirklich in jedem Run nur möglichst früh für eine Strategie entscheiden und dann auch dabei bleiben. Wenn man sich zum Beispiel erst auf Gift spezialisiert, dann zieht man aber diese wirklich coole Dolchkarte, die man eigentlich auch gerne hätte und versucht ein Gift-Dolch-Mischset zu machen, wird das in den meisten Fällen zu einem uneffektiven Deck führen. Behaltet euch einfach im Hinterkopf im Idealfall, der natürlich so gut wie nie eintritt, aber dennoch sollte jede Karte in eurem Deck mit jeder anderen Karte in eurem Deck in Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig verstärken. Jede Karte, die diese Anforderung nicht erfüllt und die ihr nur nehmt, weil sie gut ist, besser als die Standardkarten, hat in eurem Deck am besten nichts verloren, so gern ihr sie mitnehmen würdet. Oft macht es Sinn, sich im Vorfeld genau zu überlegen, welchen Weg man denn gehen will. Ein Händler gleich am Anfang würde zum Beispiel überhaupt keinen Sinn machen, denn man hat noch nicht genug Gold, um sich irgendetwas zu leisten. Mehrere schwere Monster in einer Reihe sind natürlich verlockend, da man so an wertvolle Relikte kommt. Allerdings muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass es ziemlich hart werden kann, diese Gegner zu besiegen und dann muss man womöglich noch weitere Hürden überwinden, bevor man die nächste Heilmöglichkeit hat. Also sollte man sich gut überlegen, will man wirklich die ganz harte Route nehmen, plant man vielleicht noch ein paar Lagerfeuer mit ein, lässt man Händler zugunsten von Schätzen links liegen, das alles muss berücksichtigt werden. Blockt Schaden Gerade am Anfang des Spiels ist es wichtig, die Lebensenergie hoch zu halten. Lebensenergie ist eine wichtige Ressource, die man nicht leichtfertig verschwenden sollte. Denn die Möglichkeiten, diese zu heilen, sind in dem Spiel sehr begrenzt. Die effektivste Möglichkeit wäre es, an Lagerfeuern zu rasten, dann verschwendet man allerdings die Möglichkeit, eine Karte abzugraden. Was in jedem Fall zu bevorzugen ist. Wenn ihr den Iron Clutch spielt, könnt ihr in jedem Kampf 6 HP Schaden nehmen, die werden anschließend wieder geheilt, das könnt ihr mit einrechnen. Es gibt in den Kämpfen kein Zeitlimit, also nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, und blockt so viel Schaden wie möglich. Es gibt allerdings einige Gegner im Spiel, die eine Ausnahme zu dieser Regel darstellen. Diese stärken sich nämlich im Verlauf des Kampfes immer weiter und weiter und sollten daher einfach so schnell wie möglich besiegt werden. Jeder Kampf, aus dem ihr nicht mit voller Lebensenergie herauskommt, verringert die Wahrscheinlichkeit, dass euer Run erfolgreich endet. Relikte können die verschiedensten Effekte haben, aber in jedem Fall bringen sie euch einen riesigen Vorteil. Es macht also immer Sinn, nach Relikten Ausschau zu halten. Achtet aber dabei auch genau auf die Effekte der Artefakte, denn oft macht es Sinn, seinen Spielstil oder seine Strategie in einem Run an gewisse Artefakte anzupassen. Erhält man zum Beispiel früh im Spiel die Voodoo Doll, kann das den Spielverlauf und die passende Strategie komplett verändern. Mit diesem Artefakt erhält man für jeden Fluch, den man aufsammelt, eine Stärke. Man könnte sich nun also zum Ziel machen, so viele Flüche wie möglich zu sammeln und dementsprechend sollte man auch sein Deck darauf anpassen, dass diese Flüche einem im eigentlichen Kampf nicht zu sehr auf die Nerven gehen. Das heißt, viele Karten die Flüche entfernen oder vielleicht sogar welche, die von Flüchen profitieren. Hat man dann noch Artefakte, die beispielsweise Schaden beim Gegner verursachen, jedes Mal, wenn man eine Karte ablegt, könnte man sich darauf spezialisieren, möglichst viele Flüche in sein Deck zu bekommen, um diese dann mit anderen Karten möglichst von seiner Hand zu entfernen, woraufhin dann möglichst viel Schaden verursacht wird. Oft gibt es dann auch Artefakte, die von den gleichen Bedingungen profitieren. Hier zum Beispiel würdet ihr nochmal zusätzlich sechs maximale HP für jeden Curse in eurem Deck bekommen. Dann gibt es wiederum Artefakte, die eurer aktuellen Strategie entgegenwirken könnten. Wollt ihr euch also auf Flüche spezialisieren, solltet ihr kein Artefakt aufnehmen, das Flüche von eurem Deck fernhält. Ihr seht schon, es ist komplex, aber genau das ist auch der große Spaß, den ich und den viele aus diesem Spiel ziehen können, denn ihr müsst euch den Gegebenheiten anpassen. Jeder Run ist anders. Jede Karte, die ihr bekommt, kann euer Spiel komplett verändern. Die wahre Herausforderung liegt darin, sich anzupassen, die Karten zu kennen und sich gleich zu überlegen, wohin will ich gehen, welche Karten machen in meinem Deck Sinn und welche lasse ich vielleicht lieber da, wo sie herkommen. Lasst euch Zeit. In dem Spiel gibt es kein Zeitlimit, allerdings auch keinen Undo-Button. Ihr müsst mit euren Entscheidungen leben, also überlegt euch gut, was ihr tut. Guckt euch genau an, welche Effekte eure Gegner haben. Würde ich in diesem Kampf zum Beispiel mein Schild benutzen, würde ich zwar meine Verteidigung auf 5 erhöhen, gleichzeitig würde ich aber die permanente Stärke meines Gegners um 2 erhöhen. Auf lange Sicht also keine gute Idee. Verschafft euch auch immer einen Überblick über die Tränke, die ihr noch zur Verfügung habt. Eure Energie, eure Artefakte und sonstige Informationen, bevor ihr euch wirklich entscheidet, welche Karte gespielt werden soll. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein Tipp für alle Eltern. Wenn euer Kind mal wieder frustriert von der Schule heimkommt und fragt, warum es denn eigentlich Mathe lernen muss, das bräuchte es im Leben doch nie wieder, lasst es Slay the Spire spielen. So, mit diesen genannten Tipps kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Also, ihr werdet trotzdem noch ständig sterben, aber das ist Teil des Spiels. Aber wenn ihr euch diese Tipps zu Herzen nehmt, dann ist es zumindest wesentlich wahrscheinlicher, dass ihr das Spiel erfolgreich beendet. Und damit wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Rumexperimentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht's gut, bis bald, ciao. Bis zum nächsten Mal.